so guck mal ihn an der straße der frisst sandwich nee die anderen beiden die haben darum gehampelt jetzt macht er den ums übung so na fahr mal weiter wir haben gar keine mission nimmst du schon wieder auf ja klar ach so was auch mal bescheid sagen warum wir haben wir können wir können mit jimmy mal weitermachen wollen wir mal mit jimmy weitermachen schickt die klone das mit den fetten so lange wir kein genki haben mache ich alles ich glaube ich habe abgelehnt gerade ja ja wie immer warte man sich stand gerade eh fahrzeug surfen hä wie geht denn das geht zu jimmys haus vernünftig der schneidet die kurve muss ich hier um hier hätte ich rumgemusst was machst du denn ich habe fahrzeug surfen gemacht ja aber warum bist du so komisch runtergefallen wo bist du jens vom stießen mitten auf der straße warum ich runtergefallen ja man kann ja machst du eine rolle vorwärts über das auto man kann mit direkt fahrzeug surfen aktivieren ja ist ja gut kannst du ja gerne machen aber warum bist du runtergefallen weil ich denkst ja aus dem radius kommen muss mit a und d immer ausgleichen das gleichgewicht halten ach so das wusste ich nicht ach das hört deswegen klappert das so im hintergrund hast du deine tage ja und jetzt hast du sie auf den setz guck mal die hatte auch ihre tage die spät ist man leer die schwebt in der luft bei mir lag er auf der straße bei mir war die die ein er und er lag auf der straße und bei dir war der er die und die schwebt in der luft ja sehr interessant so jetzt sollen wir erst mal vernünftig autofahren warum sind die ganzen scheiben bei mir rausgehauen sie hat wahrscheinlich sehr vorn waren die noch drin schwebt du hast mein auto kaputt gemacht du hast das demoliert guck sollte abend auch tv total nein da sind aber gronk und sarah zah ja ich weiß ich kann aufnehmen ich auch das war zu knapp vorbei bürst mich mal nicht erwischt schrubb schrubb ja da kommt doch die bürste an der seite raus hast gar nicht gesehen ne welche bürste ja ich habe die polizei geschnitten gut das war knapp deine zahlen da da ja jetzt sind die fälgen sauber dann guck dir mal das nächste mal so ein putz auto genauer an wenn ich daran vorbeifahre ja ich weiß ja du hast ein verhältnis mit einer schrubbe ich weiß ja du hast ein verhältnis mit einem staubsauger ich weiß ja und der zementmischer der hat oben ebenso döschen aufgemacht döschen aufzu aufzu ach da muss ich abliegen welch erkenntnis wollen sie mit der wollte mit buch ich könnte ja meine rakete abfeuern aber ich trau mich nicht nee lass mal liebe los bist du das spiegel ab bei mir auf der seite tatsächlich der spiegel ab so wir sind wir müssen hier rein da kannst du dich doch nicht davor stellen mit einer kiste ich kann mich nicht bewegen oh gott holk ist da hä konntest du dich bewegen sich auch nicht was war das jetzt was soll das denn jetzt hast du das gesehen wir können jetzt besser zuhauen wo soll wer zählen du hast superkräfte mit kuh werfe ich feuerbälle feuerball ja aber was sollen wir machen feuerball weiß ich nicht es ist ja wie bei 10 zu 4 ja tatsächlich was ja und was soll das jetzt was sollen wir machen aha wir haben ein ziel ja ja dieser hall in der stimme um das die dramatik zu erhöhen ich bin irgendwie voll falsch gerannt du müsstest der blauen kehr perlenkette folgen ja warte mal auf mich sonst bist du nachher gleich da alleine am arsch wo bist du denn lang gelaufen falsch du brauchst doch bloß den liebesperlen folgen hier den liebeskugel da kennst du dich doch mit aus ich schiebe gerade ein lkw vor mir hin uch schon wieder falsch gelaufen die brennt es oh der steuert aber ah jetzt wieder ich werde von der polizei verfolgt ich kann nicht stehen bleiben die brücke brennt hier ist bestimmt der dicke lang gelaufen den sollen wir jetzt bestimmt ein bisschen beruhigen denn zu beginn umgebürzt ist jetzt die polizei stehen geblieben kannst du mal sehen ah da kommst du jetzt müssten wir aber gleich da sein nach keck um ich warte hier auf dich der scheint hier im haus zu sein das ist das ist das war aber knapp eben wo läufst du denn lang du brauchst doch bloß auf der brücke lang laufen ja ich bin gerade mal so über die schlucht an der brücke gesprungen wo ich die straßenseite wechseln weißt du so krass wie ich bin gegen den verkehr das ist aber sehr krass oh jetzt ist was jetzt warte warte bleib doch stehen wo kommen die denn auf einmal alle her das freut mich auch kaum du kommst du her ist alles durch kommt alles durcheinander hier wo kommt der hubschrauber her oh das ging daneben oh die geräusche immer wenn du haust die geräusche na hau mal auf einen rauf oh den hat schon erledigt ne doch nicht er hat ne schöne stimme er hat ne schöne stimme ich hab ihn gefunden porno puppen wo hier hier oben drauf ich komm bloß hier rauf doch jetzt guck mal die pets hier außerdem hab ich den grobi gefunden ne komm mit ne guck mal hier ist der grobi hier 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 oh tschuldigung da steht er doch siehst sie nicht das ist doch nicht hier an der wand siehst du das nicht pizza bobby meinst du ach du pizza bobby Autos kann man nicht umwerfen wie im vierten teil so weit ist also manche manche kann ich umwerfen aber nicht alle das hast du schon wieder gemacht ich bin einfach weiter gelaufen ich dachte man kommt jetzt hier so hoch wie bei aber so weit her ist es mit den superkräften nicht so ich bin da übrigens ja das kann bei mir sich nur noch um stunden handeln ich häng hier unten irgendwo rum ich weige mich da alleine rein zu gehen ah komm ich jetzt hier raus ich hab jetzt sprung ans ufer gemacht mal gucken wo ich bin am arsch der welt wahrscheinlich auf die plätze fertig rein da mit gebrüll mach jetzt die tür auf und was ist jetzt du bist ja schon drin hier sind sie raus die brutes warum bin ich nicht überrascht ha ha draußen gespielt die musik oh ich bin daneben gelaufen ach du scheiße ach nicht er wollte sich jetzt umziehen komm lieber raus ja ich kann ja nichts dafür wenden der das da so fehl deutet oh der kann mehr ab die können alle mehr ab hier sind mehrere nämlich von denen na du kriegst jetzt ja einen fetten bitch slap wieso ich weiß gar nicht was du willst ging doch einfach boah super die alarmanlage ist angegangen ich komm gleich mit mein kamehame hier punkt und blitzt alles sehr wiese wester und weihnachten zusammen hör mal auf das ist ja gar nichts zu drücken jetzt haben wir aber die nacksten die dicke weg euch wichs knüppeln ich bin schon weg ich bin schon weg muss mal auf ein auto schlagen mit deiner faust ich hab eben einen polizisten umgeschubst oh superkräfte weg das ist uncool jetzt das ist voll uncool ne doch nicht was war das denn keine ahnung ein schmerzgeräusch muss mich aufreißen ich sah ihn in der letzten 80 Sekunden eine Stunde aber du brennst mir die zu schnell du sollst aufhören du sollst aufhören warum na gut schlag mal mit der faust aufs auto man lass uns zu der stelle laufen wer weiß wie lange wir die kräfte noch haben bis ich es nicht mehr will ja ja die sind ja alle autos kaputt die sehen alle so komisch aus da fehlt der lack ja den hat einer abgeknabbert du wahrscheinlich ich mach sowas nicht ich hätte ihn abgelutscht ich bin ein luchatore ein luchatore ein luchatore ich bin ein luchatore ja du luchatore du luchatore haste recht verrat mich immer alles ich finde das nicht nett von dir hihihi oh jetzt hä bist du da gewesen weiß ich nicht ich hatte eigentlich noch Zeit bei mir war noch ein lades ist jetzt ein lades grün gekommen irgendwie hat keine ahnung ja ich hab auch einen jetzt sehe ich einen planet 10 jetzt ist es jetzt habe ich hier da um ach du scheiße wie soll man denn da hochkommen wir haben doch keine superkräfte zum springen und warum steht der oh der gehört zu uns der ist doch lieb warum soll ich dem was tun ich denke mal wir sollen auf der straße bisschen vor ordnung sorgen äh sieht ganz dann aus oh ah hier kommt man durch ja sieht doch gut aus kommt da noch wer da ist noch einer über die gehen nicht kaputt und jetzt hier sind noch gegner ach hier 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 ich sehe wo nein komm ich hier wieder raus was hast denn jetzt gemacht oh ich hab wieder einen schwächeanfall ich auch ich bin wieder zwischen die religen gesprungen oh das ist wo man in die ritzen springen muss die superkräfte sind weg ist auch besser so nein pierce wie komme ich zu dir ich bin auf der Seite aber keine Angst kenne die Jungs und sie fliegen in den Schrauber ein Hubschrauber da sollen wir rein wie soll ich da ankommen achso so jammer doch nicht immer ah ja sowas wollten wir doch Lenkrad kriegen oder was wie funktioniert das drauf zielen drauf zielen oh aber immer auch was anderes ah da hinten sind noch welche das ist richtig du hast das den habe ich da hatte sich noch einer versteckert jippiehisch meine Baggo oh jetzt wird ein Zivilist verfolgt ja ja Sniper da oben wo denn muss nein guck mal nach links die armen die armen schweine erliegen sie mir ein bisschen leid nein den beruf haben sie sich nun mal ausgesucht trotzdem ist das brutal wieso aber sie haben ein paar Flecken hinterlassen gehabt Fettflecken oder was da ich sehe Helikopter fliegen ein Hubschrauber ich sehe noch keinen da hinten da erledigt noch einer da komme ich nicht mehr ran ich habe ihn da ist noch einer da sind noch mehr ja die sind alle gerade außer meinem Sichtbereich das hast du den anderen erwischt ich weiß jetzt nicht welchen du meinst aber hier sind viele ja das stimmt der lädt auch erst nach wenn denn die Rakete im Ziel ist ne und jetzt ich habe mir gerade einen Panzer vorgenommen da unten ist der Panzer sicher auch gerade ja der ist schon die dritte wahrscheinlich sollen erst die Hubschrauber weg vielleicht sollen erst die Hubschrauber weg sind doch weg jetzt jetzt gehen noch die Panzer kaputt kommt noch da noch einer die arme Sau ich höre aber ach das ist ja unser Hubschrauber da kommt noch was was war es das jetzt endlich jetzt kommt bestimmt noch einer von der anderen Seite hier unten traut sich noch irgendwie so ein Polizist aber wir haben es wohl geschafft wir haben es geschafft ähm oh das ist Hulk bloß und normal ähm Johnny komm mal Mann ich versuche dir zu helfen oh jetzt willst du versuchen zu reden mit ihm ist das Johnny Gat ich weiß ich weiß Johnny aber wir können es richtig machen das ist doch sein Kumpel ja wo ist dein Freund Johnny Gat Freund komm mal buddy wir werden dich zurück Stripper Pull Stripper Stripper Pull Stripper und so endet das Stripper von Jira entlang die 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 eine die pas federal Sch тех die 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 scope die die Oh, Respekt 27 Johnny Tech Ach, umgedreht, Get Johnny Tech ist umgedreht, Get Verstehst du die letzten drei Dinge da? Ah, ich warte wieder auf Dr. Skrappel Warten ist schön Warten ist schön Ich habe auch noch einen Ladebildschirm, du Klon Du hast noch was ganz anderes, du Klon Ich habe mal ein Laderöhrchen Was ist denn das? Wir beginnen mit illegalem Handel Hast du Lust dazu? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? So fünf Minuten haben wir noch Oh, dann kann ich doch noch ein bisschen flirten Nicht mit dir Komm Mädchen, komm Mädchen Lass mal ein paar Geld abholen Ach ja, das ist eine gute Idee So Das war's bestimmt, du Ja, weil du dich immer Du stehst immer mitten auf der Straße Anstatt sich mal auf den Bürgersteig zu stellen Oder irgendwo in der Ecke Kannst du nochmal so lispeln, so Bürgersteig Oh, guck mal Hier kann man gut romantische Atmosphären machen Oh, hier kann man ins Wasser strullern Da kann man ins Wasser strullern Oh, ich würde jetzt gerne illegalen Handel machen Aber wiederum würde ich nicht gerne illegalen Handel machen Was will der mit seinem LKW hier? Illegaler Handel Illegaler Handel Oh Muss ich fangen? Oh Wärst du? Ja Oh, ich kann scheiße erschießen Dann mach mir den Weg frei, wenn du schon schießen kannst Oh, gleich ein Hubschrauber? Das geht ja gut los Ah, wir müssen Deals wieder dedigen Du weißt, was das bedeutet Ja, illegaler Handel halt Du weißt, dass Rico sich dabei doof anstellt Du könntest mal sagen, wenn wir anhalten Damit ich das dann Damit ich das Ne, wenn ich rausgucke aus dem Fenster Das kann ja auch was anderes sein, weswegen du stehst Wieso laufe ich eigentlich die ganze Zeit seitwärts? Das ist ein nice Worker Hä? Weiß ich nicht Seit tot Ich habe Glück Ich kann nicht vorwärts laufen Oh, scheiße, scheiße Steig ein Ich kann nicht Mensch Der läuft seitwärts bei mir die ganze Zeit Dann musst du anders laufen Dann musst du vorwärts drücken Jetzt haben wir verkackt Hier ist ein Dicker Ich habe keine Chance allein gegen dich Jetzt geht mein Tastatur wieder Ja Das Auto ist jetzt gleich weg hier Der schubst das Auto durch die Gegend Wo bist denn du jetzt? Ich stehe hier bei Pierce Ich habe jetzt gerade wieder keinen Sound So, steig rein Falls du kannst Ne, kann ich nicht Hier ist ein Grobi Den müsste man vielleicht erst mal fertig machen So, jetzt bin ich tot Ich liege am Boden Ich erzähle dir das die ganze Zeit Aber Nein Nein, warum auch Ich sehe nicht mal, wo du liegst Aber Na da In der Ecke Die ganze Zeit erzähle ich dir Hier ist ein Dicker Du weißt doch, was die Dicken immer machen Ja Dicke Kackhaufen Dann kommt der nächste Dicke Jetzt ist er weg Hä? Der kommt schnell ins Auto Komm Jetzt habe ich auch wieder Sound Steigt er auch ein? Ja Hier steigt er auch ein Los, 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 los Boah, da ist noch ein Dicke Boah, da ist noch ein Dicke Das Auto ist ein bisschen ligiert Ja, das sieht nicht gut aus Was wir da machen Ey, das Auto ist ja schon kaputt Ihr müsst das kaputte Auto nicht noch mehr Ich habe nur noch auf einer Seite Bereifung Ja Oh Um die Kurve Die sind da Boah Steig aus, steig aus Bin ich doch schon Das ist das große Auto High Das Polizeiauto hier Hätte ich beinem gesagt Das nehmen wir nachher Wo ist der denn? Hinter dir Unten der Club ist Macht der einen Deal oder was? Ist der irgendwo Der schießt auf Hier ist der Dealer Wir müssen irgendwo mal Jetzt ganz schnell uns Wohin? Wo bist denn du? Sollen die Bullen hier erledigen Jetzt kommt noch ein Heli Warum gehst du nicht ins Auto? Weil der Deal gerade ist Da ist ein Geschütz drauf Kannst du schießen? Schieß Schieß Wie denn? Jetzt geht's Jetzt geht's Schieß auf den Hubschrauber Ich warte doch auf mich Warum steigst du aus? Weil dein Auto gleich brennt Das hat nicht gebrannt Das war ein anderes Auto Ja, habe ich jetzt auch gemerkt Warte auf Pierce, Mann Och Mensch Dann schieß wenigstens auf den Hubschrauber Ah, jetzt wirst du rausgezogen Das ist wieder eine Katastrophen-Mission hier Ich hab gesagt, lass das Was lass das? Du weißt, was da passiert Wenn ich solche Missionen mache So rein ins Auto Ja, das Welches denn? Da, wo drin sitzt Ja, welches? Ich seh das jetzt nicht Das, was von deinen Füßen rollt Ja, schmeiß Granat Genau Schmeiß Granat unter mich Super Echt Ich belebe dich jetzt nicht wieder Das hast du davon Ja, ja gut Dann ist das Spiel vorbei Wo liegst du? Na, unter dem Auto Du bist ein Dödel Na, das ist da rausgefahren Bewege ich, bewegst du dich mal herher Ich weiß ja nicht Ich bin ja wohl Ich blieb neben dem Auto Ja, das sehe ich ja nicht Ich bin aufgestanden Und dann wurde ich von Feinden um Feinde Jetzt brenne ich Ach, da ist so einer Echt Schon wieder Belebung? Ja Na, wenn ich mit einem Feuerflammenbewerb beworfen werde Und du dich hinter der Mauer versteckst Wieder Belebung nötig Ich krieg die Krise Geh doch mal aus dem Weg Wiederbelebung Ich krieg die Hallo, heute noch Ja, jammer du mal Ich geh jetzt in Deckung hier Hoch, jetzt bin ich runtergefallen Ach du Kacke Du brauchst ne Wiederbelebung? Ja, ich bin gleich tot Da brauchen wir zwei ne Wiederbelebung Ja, Pierce, auf Ja, schön, dass du ihn rettest Du bist ja auch noch dran So, könnten wir das jetzt hier irgendwie mal zum Abschluss bringen? Oh, jetzt ist schon wieder so einer da Komm, lass uns mal hier hinter der Mauer verstecken erst mal Ich brauch die Wiederbelebung Ich drücke Komm Oh, ich bleibe in die falsche Richtung Lass uns doch erst mal hier hinter der Mauer, dass wir ein bisschen Luft schnappen können Hier Schießen die auf mich? Hier schießt der auf mich Ich werde hier überfahren Pass doch mal auf, was du machst Ach, wozu auch Bin gleich tot, ne? Ja, ich lebe wieder Ich sehe, wo bist du gerade? Ach, da oben Nein, ich habe mich erst mal aus ne Gefahrenzone gebracht Äh, gedacht Hier ist ein Fahrzeug Nehmen wir Rein mit dir Komm, 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 komm Rückwärts, rückwärts, gleich rückwärts Oh, schöne Musik Wird bescheuert, ey, echt, ey, das ist so Oh, das war klar Das war so klar Dass du kein Auto fahren kannst, ja, das wissen wir doch alle Halt's im Maul Gleich ein ganz anderes Fahrgefühl, wenn man vier Heilreifen hat Ja, das ist in der Regel so In der Regel ist das Was war denn das schon leuchtendes Ding auf der Straße? Weiß ich nicht, das habe ich mich vorhin auch schon gefragt, ich habe die auch andauernd Was warst du da? Oh, wo kommt der aufgeglitscht? Ich habe eben auf die Karte geguckt, er schien auf einmal der rote Punkt Ich muss doch hier um die Kurve Oh, die Stoßstange ist weg Oh, Panzerfaust Hab ich noch? Ich habe keine mehr Der ist rot Oh, hier ist noch einer Blumen die sich da drinnen? Kümmerst du dich um den Healy? Ja, ich versuch's Ich habe keine Munition mehr für die Waffe Der Deal ist fertig Ins Auto, ins Auto, ins Auto Komm So, ich habe nur noch schnell Los geht's Fahr, 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 fahr Raus aus dem Auto, raus aus dem Auto Nein, fahr! Das hat doch gar nicht gebrannt Du machst doch nicht immer so eine Panik Bei mir hat's gebrannt Das ist doch nur ganz kurz Dann brennt das Auto aus dem Motorraum Oh, nee, nee Ja, jetzt fahr mal mit ohne uns weg Ja, jetzt brennt's aber Ja, jetzt brennt's aber Ich brauche eine Wiederbelebung Du hast gerade so einen fetten Sack neben dir Das ist jetzt Das war's jetzt Ich kann dich so nicht wiederbeleben Du hast da ein bisschen Probleme Du hast ein Problem Du auch Dein Arsch glüht Oh, nee Warum springst du immer panisch aus dem Auto raus? Ganz ehrlich Jetzt liegen alle beide hier Ich gehe erstmal zu der anderen Schwuppe Jetzt bin ich tot Ja Das ging halt nicht Ich konnte mich nicht zerteilen Ich will das jetzt nicht nochmal machen Du hast das versaut Lass uns was für später aufheben Die Zeit ist sowieso auf Ja, auf jeden Fall Wir treffen uns in friendly fire Ich guck schon mal Ich sag mal Wir machen ein Folgenpäuslein Ich glaube, das schwert Berschar Sag mal Wo sind denn wir überhaupt? Weiß ich nicht Ich sag bis zur nächsten Folge Wir sehen uns wieder in einer neuen Folge Saints, Roses, Hurt Ach, da sind wir Bis dann Ciao, ciao Ja, tschüss